So Leute, Söldner-Geschichten Nummer 32, wie immer für die Neuankömmlinge hier oben geht's zu Folge 1. Heute jetzt aber tatsächlich nochmal IEDs in aller Ausführlichkeit. Nächstes Mal dann die IED-Lane, also heute unbedingt alles anschauen, damit ihr auf der IED-Lane dann auch versteht, was wir da machen und wonach wir suchen. Los geht's! Wie versprochen, gehen wir jetzt wieder zu den IED-Bildern zurück. Und zwar habe ich hier nochmal einige Fotos bekommen, die höchstwahrscheinlich von einem Kollegen waren, der schon mal so einen IED-Lehrgang gemacht hat und dort auch Fotos gemacht hat. Weil es ist so ähnlich ein bisschen wie die Fotos, die wir in Teil 30 gesehen haben. Und ja, das sind einfach noch ein paar schönere, ich habe die besten rausgesucht, die dann nochmal das klar machen, bevor wir die IED-Lane-Pictures anschauen. Also diese Übungsstraße. So, schauen wir mal aufs Erste. Hier hat er einfach mal eine IED praktisch vergraben, also irgendeine Granate, so einen Artilleriesprengkopf und hat die mal mit seinem Fuß freigeschaut. Die Geschichte hier mit diesen IEDs, ihr seht es jetzt hier bei der auch, da auch einfach mal kurz das Ding freigelegt nochmal, um zu zeigen, dass da was lag. So, jetzt ist es so, diese Dinger auf der IED-Lane, die sind teilweise oder zum Großteil so abgetarnt gewesen, dass man sie aus dem richtigen Winkel und so weiter noch erkennen konnte. Also so, dass da nicht der Instructor praktisch jede einzelne versteckte IED hat ausgraben müssen oder freilegen müssen und dann wieder abtarnen müssen. Sondern spätestens nach dem ersten Mal hast du verstanden, dass wenn jemand diese IED richtig vergräbt, und da müssen ja hier nur noch ein Zentimeter Staub drauf, oder zwei, oder ein halber. Aber das Ding funktioniert, auch wenn es ganz eingegraben ist. Also die müssen nicht sichtbar ganz oben an der Oberfläche liegen, weil sonst der Druck nicht gescheit rauskommt oder sonst irgendwas. Genauso wenig muss dieses, zum Beispiel hier dieses Command Wire, also das ist der Auslöse-Draht, ja, der Funk-Draht, was auch immer, der muss auch nicht freiliegen. Der liegt hier nur ein Stück frei, dass man sieht, dass da ein Draht dran ist und in welche Richtung er geht, weil man dann mal so gucken kann, okay, sehe ich denn den Draht, ich weiß ja jetzt, er liegt in die Richtung, irgendwie, meistens so nach 10, 20 Metern oder so, haben sie ihn dann nochmal offen rausgelegt, dass man sieht, hier fängt er an, da hört er auf, sehe ich die Strecke, wo er vergraben ist, oder sehe ich sie nicht, ja, und manchmal hat man es gesehen oder erahnen können, wenn man weiß, dass da was liegt und manchmal halt nicht. Der Punkt ist aber der, du hast direkt gewusst, okay, wenn das ein Profi vergräbt und abtarnt, dann findest du das nicht, du siehst das nicht, da kannst du direkt daneben stehen, keine Chance, ja, so. Jetzt ist es aber so, dafür brauchst du keinen Lehrgang machen, deswegen ein Beispiel und dann weißt du das. So, dann brauche ich mir nicht 20 so Dinge angucken, sondern, jetzt kann es ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen dieses Ding nicht mehr ganz in der Erde liegt oder nicht mehr ganz abgetarnt ist. Was für Gründe könnte es da geben? Erster Grund ist, es ist, die Jungs vergraben das normalerweise nachts, ja, da machen sie auch nicht Weißlicht an oder ein Kumpel steht mit einem Strahler da und sie gucken, dass auch alles schön abgetarnt ist, sondern die machen das ja schnell und heimlich und hoffen, dass sie nicht erwischt werden von irgendjemanden und in Bau gehen oder erschossen werden. Also, tarnen die das halt ab, so gut es geht, in der Zeit, die sie sich nehmen, bei der Beleuchtung, die sie halt haben. Und dann kann es sein, dass da mal halt was übersehen wird. Mal ein Kabel guckt irgendwo raus, ja, oder man sieht Fußspuren oder man sieht, dass halt gescharrt worden ist oder man sieht, dass so ein Ding halt noch ein Stück rausguckt irgendwo. So, das ist die eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, irgendwelche Viecher sind da lang gelaufen. Ja, wenn da eine Ziege oder ein Hund drüber läuft und das hat nur ein Zentimeter irgendwie Dreck drüber, dann kann das schon mal was freilegen. Jetzt nicht so großflächig wie hier, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Oder zum Beispiel, ein Auto ist schon mal drüber gefahren oder nah dran vorbeigefahren, ja, und durch den Druck drückt es das halt vielleicht an einer Seite hoch, ja. Man kann ja über so ein Ding da drüber fahren, ohne dass irgendwas passiert, ja. Man darf halt nur nicht über einen Druckauslöser fahren, der dann mit dem Kabel verbunden ist und so weiter. Aber über die Granate an sich, da kann ich mit dem Hammer draufhauen, wahrscheinlich passiert nichts, ja. Kann ich mit dem Auto drüber fahren, die liegt halt danach unter Umständen frei. Nächste, was sein kann, Wind, ja, Sandsturm irgendwas. Sandsturm bringt ja nicht nur Sand, Sandsturm trägt auch Sand ab, ja. Wenn da halt genug Sand irgendwo abgetragen wird, sieht man was. Regen, ja, Regen schwemmt Staub weg, ja. Kann auch sein, dass einfach mal irgendwo dann irgendwo ein Bächchen entsteht und einfach da mal was wegschwemmt oder so. Das Ding wird rausgeschwemmt sogar und liegt dann irgendwo mit seinem Kabel halt sichtbar rum. Kinder können da gespielt haben irgendwie, die gesehen haben, dass da einer was vergraben hat und mal gucken wollen, ja, was es denn ist und so, ihren Freunden erzählen wollen, schaut mal, da liegt was, ich hab was gefunden. Gibt's ja alles, ja. Das heißt, du trainierst auf dieser IED-Lane eigentlich nur die Fehler, wenn der Gegner Fehler macht oder du halt durch Umwelteinflüsse eben Glück hast oder irgendwie, dass du dann weißt, wie sieht denn eine halbvergrabene IED aus oder eine, die ein Stück frei liegt, ja. Solche Geschichten. Und, ähm, ganz besonders liegen die dann ja an bestimmten Punkten, die liegt ja nicht irgendwo im Feld drin, sondern die liegt ja wo, wo sie auch jemanden erwischen kann, der auf einer Straße oder auf einem Weg langläuft oder fährt. Also im Irak hauptsächlich, wenn du da fährst. Afghanistan war mehr so, die Taliban mit den ganzen Fußpatrouillen um die Dörfer rum, da war halt sehr viel IED, so fast Vietnam-mäßig teilweise. Ja, Vietnam war ganz extrem, da gingen die ganzen IEDs oder die ganzen Fallen eigentlich hauptsächlich auf Patrouillen, ja. Also hast du irgendwo reintrittst in eine Nagelfalle oder irgendwie solches Zeugs, ne. Und hier im Irak ist es hauptsächlich halt Sprengmittel gegen Fahrzeuge. Und dann halt auch viel gegen, sogar in auf, mit einer Sprengkraft oder einer Sprengrichtung, dass es gepanzerte Fahrzeuge erwischen kann. Weil zum Beispiel viele von den Polizeien, also die irakische Polizei, die war ja ein Hauptziel, ähm, waren ja nicht gepanzert, ja. Die konntest du halt auch mit irgendwas ganz Einfachem praktisch, mit einer Handgranate oder so, konntest du da tatsächlich auch was anrichten. Und bei den gepanzerten Fahrzeugen, die wir hatten oder die die Amerikaner hatten, haben wir es und so, wenn da eine Handgranate geworfen hat, ja. Kosmetischer Schaden. Außer der, der Gunner oben war halt frei oder sonst irgendwas. Gut. Also. Jetzt. Solche Dinger saßt du da ab und zu mal rumstehen, ja. Jetzt kann man sagen, oh, ganz klar, VBID. Aber, das muss keine VBID sein, ja. Okay. Schauen wir es uns mal an. Was ist denn verdächtig da dran? Also, verdächtig sind mehrere Sachen. Erstens, das Fahrzeug steht halb auf der Straße, also fast drei Viertel auf der Straße. Das heißt, selbst wenn das eine Panne hatte, ja, und da Kanister sind, könnte man meinen, okay, da ist der Tank vielleicht alle, aber warum stehen dann so viele Kanister rum, wenn der Tank alle ist, ja. Sagen wir mal, der Tank ist alle, und das kam da schon mal vor, dass der Tank alle war bei den Jungs, weil man hat da doch eine Unterversorgung mit Treibstoff gehabt an den, an den Tankstellen. Und wenn eine Tankstelle mal was hatte, dann hast du auch direkt eine Schlange gehabt, die halt echt mal einen halben Kilometer lang war oder noch länger. Wo die Leute da auch echt einen ganzen Tag lang in der Schlange gestanden sind, bis sie mal drangekommen sind und dann gehofft haben, dass noch Benzin übrig ist. Deswegen gab es ganz viele von so mobilen Tankstellen, Fußgängertankstellen, wo halt irgendwie manchmal auch Kinder da waren oder alte Leute oder so, die da so ein paar Kanister hatten und ganz, ganz viele Flaschen auch, Plastikflaschen, in denen Benzin oder irgendwas, Diesel halt drin war. und dann so einen großen Füllstutzen und so und dann konntest du da immer so flaschenweise praktisch Benzin tanken. Von dubioser Qualität, weil da gibt es keine Qualitätskontrolle und wenn die mit 20% Wasser strecken, haben sie 20% mehr Verdienst am Ende des Tages. Und wenn du deinen Scheiß halt auf so einer Hauptstraße irgendwo verkaufst, wo nicht gerade deine Nachbarn langfahren und du den Scheiß verkaufst, dann wird dich wahrscheinlich einer, dem du ein schlechtes Benzin verkauft hast, auch nicht wiederfinden, wenn du das nächste Mal nicht an der gleichen Stelle dein Benzin verkaufst. Oder nicht der gleiche, nicht der gleiche aus der Familie. Wenn du da 10-Mann-Familie hast, dann kann ja 10 Tage, könnte immer einer Benzin verkaufen und es wäre nie der gleiche Typ. Und nachdem es da jede Menge Leute gibt, die das machen, wüsstest du auch nicht mal, ob der von der gleichen Familie ist und sonst irgendwas. Selbst wenn er an der gleichen Stelle steht, braucht er nur 100 Meter weiter stehen. So, also auf jeden Fall, so Benzinverkäufer gab es jede Menge. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ist das so ein Benzinverkäufer. Ja, aber auch da würde der das Auto nicht so weit im Gefahrenbereich praktisch auf der Straße parken, weil wenn da mal amerikanisches Militär vorbeikommt, spätestens dann, dann rammen die den von der Straße weg oder fahren mit dem Panzer einfach mal drüber oder sprengen ihn gleich weg. Ja, wenn es ihnen zu komisch vorkommt. Aber wahrscheinlich fahren sie einfach mal mit dem Panzer drüber, wenn sie einen dabei haben. Und dann wäre das schöne Auto im Arsch. So, deswegen würden die da rechts auf dem Grünstreifen parken, nicht mal hier unbedingt auf dem Standstreifen, weil der Standstreifen halt auch oft einfach fürs Fahren genutzt wird, wenn da viel Verkehr ist. Also das hier wäre eine ganz, ganz seltsame Stelle für einen, der Benzin verkauft. So, der zweite Punkt ist, da ist keiner, der Benzin verkauft. Da steht nur ein Auto, da ist auch keiner, der irgendwie am Reifen schraubt oder sonst irgendwas macht. Weil Reifenpannen gab es da auch viele oder sonstige Pannen, wo halt das Ding überhitzt ist, Kühlwasser ausgelaufen, Öl, was weiß ich, Motorhaube aufgeklappt, irgendein Typ oder zwei stehen mit dem Kopf da in der Motorhaube. Das passiert da öfters. Da fährst du jetzt nicht unbedingt direkt dran vorbei, aber du gehst auch nicht davon aus, dass wenn da Leute an dem Auto stehen, die sich mit wegsprengen wollen. Weil warum? Die könnten ja einfach ein Kabel legen und das, wenn sie das Fahrzeug schon als VBID vorbereitet haben, können sie es ja anders auslösen. Das müssen sie ja nicht von Hand machen und daneben stehen, weil sie können es ja auch mit dem Kabel von Hand machen und 50 Meter weg im Graben liegen. Also immer, wenn irgendwelche Typen an einem Auto standen, konntest du eigentlich mehr oder weniger davon ausgehen, dass das jetzt safe ist, dass du da vorbeifährst, weil da stehen halt nun mal oft Autos rum mit Typen dran, die da irgendwas machen. Gut. Manchmal sind es auch Taxis zum Beispiel, wo gerade einer einen aussteigt. Also da muss man halt immer die Situation beurteilen. Man kann es nicht sagen nur, oh, wenn da ein Auto steht an dem Rand, das ist ja VBID, uh, ne. So. Ja, jetzt fahren wir mal mit unserem Konvoi auf dieses Fahrzeug drauf. Also wir kommen da hin, so die Entfernung wie jetzt, ne, vielleicht ein bisschen weiter weg. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, ne. Also es wird auf jeden Fall im Funk, der erste Wagen oder der Scout-Car sogar, sagt hier, Fahrzeug rechts. Normalerweise sagt er dann links halten. Also das sagt der Teamleader, der im ersten Fahrzeug ist, beziehungsweise der Assistant Teamleader, der halt die taktischen, taktische Kommandos macht. Habe ich schon mal erklärt, ja. So, der entscheidet jetzt, was da gemacht wird. Anhalten, umdrehen, ganz nach links oder irgendwas ganz Abgedrehtes, wie zum Beispiel rechts durchs Feld fahren. So, warum komme ich gleich drauf? Jetzt kann man sagen, okay, das könnte jetzt eine VBID sein, also kann ich entweder, ich halte an und drehe um und suche mir eine andere Strecke. Je nachdem. Ja, kann man machen, aber ist teilweise koordinativ schwierig, gerade wenn es viel Verkehr hat und so weiter und so fort. So, hier hat es jetzt nicht viel Verkehr. Da könnte man das unter Umständen machen, dass man einfach sagt, hey, 180, 180 und dann fährst du einfach mal hier einen großen Kreis und fährst einfach wieder zurück auf der gleichen Fahrbahn und guckst dann, wie du vielleicht irgendwann auf die andere Fahrbahn kommst und fährst dann die Strecke, wo das Auto jetzt halt steht, auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Ja, da kommst du jetzt nicht rüber, weil in der Mitte halt Leitplanken sind. Aber du suchst entweder eine Stelle, wo keine sind oder du fährst halt so lange, bis da mal eine Stelle ist, wo du auf die andere Straßenseite kannst und dann fährst du rüber und fährst so weit da, bis du an der kritischen Stelle vorbei bist und guckst dann wieder nach einer Stelle, wo du wieder auf die richtige Straßenseite kommst. Zum auf der falschen Fahrbahnseite fahren habe ich ja auch schon mal was gesagt. Gut, dann. Das wäre die eine Möglichkeit. Also umdrehen, komplett auf die andere Fahrbahnseite. Dann kannst du sagen, okay, wir halten uns ganz links. Das heißt, selbst wenn das Ding hier explodiert, ist die Druckwelle vermindert und wir kommen da schon durch. So ungefähr. Das kannst du auch machen. Wird auch meistens gemacht, weil das am schnellsten geht. Da sagt man einfach, keep left, vehicle right, keep left. Sowas in der Art. Je nachdem, was die Standardkommandos in so Fällen sind. Da sagt normal jeder das Gleiche, weil die Kommandos immer wieder kommen oder diese Ansagen immer wieder kommen und wenn du dann jedes Mal freestylst und jedes Mal was anderes sagst, Static vehicle right oder vehicle right oder was weiß ich, Hindernis rechts oder irgendwas, da musst du jedes Mal tatsächlich hören, dann musst du jedes Mal tatsächlich zuhören, verstehen, überlegen, was damit gemeint ist genau und so weiter und dann reagieren. Und deswegen ist es einfacher, wenn du einfach immer die gleichen Kommandos hast für so Standardsachen. Gerade wenn es schnell gehen muss. Dann würdest du also sagen, hier, vielleicht würdest du auch nur sagen, keep left, keep left, keep left oder sowas. Aber normal sagst du vehicle right, damit du weißt, okay, warum denn überhaupt. So. Jetzt kann es aber sein, wenn der Typ extrem clever ist, ist da gar nichts drin. Sondern alles, was er gelegt hat, ist auf der linken Seite hinter der Leitplanke oder so. Und er hat das Auto jetzt hier hingestellt und so auffällig dahingestellt, damit Convoys genau das machen, weil er sie beobachtet hat und weiß, was sie machen, dass die dann auf die linke Spur wechseln, um möglichst großen Abstand von dem Fahrzeug zu haben und dann haben sie möglichst kleinen Abstand zu seiner ID, die er dort platziert hat. Das heißt, das kann also einfach nur ein Mittel sein, um dein Ziel dorthin zu lenken, wo du es haben willst. So, was kann man noch machen? Man könnte hier rechts rumfahren. Man sagt, okay, es kann sein, dass das da hoch geht. Es kann sein, dass das ein Trick ist und wenn ich links fahre, geht das da hoch. Also fahre ich rechts durch die Pampa, weil da keine Straße ist. Das kann ich mit SUVs halt machen, deswegen hat man die. Und dann fahre ich da durch. Jetzt ist die Frage, wie viel Müll liegt denn da? Geht das? Komme ich hier über den Bordstein vernünftig drüber? Weil so ein SUV, wenn der so ein paar Tonnen wiegt und gepanzert ist, ist halt auch kein reines Geländefahrzeug mehr. Das heißt, wenn der mal irgendwo aufsetzt auf irgendeinem Scheißding, dann stehst du da und dann musst du den irgendwie wieder freiziehen mit den anderen Fahrzeugen und dann hast du dir mal ein schönes Ei gelegt. Vor allem, wenn es in der Nähe von so einer potenziellen VVID ist. Da musst du also gut gucken, ob du das da rechts machen kannst. Und deswegen entscheidet das der ATL, der Assistant Team Leader, der im ersten Fahrzeug sitzt und der halt viel Erfahrung hat. Und das Schöne ist, mit meinem Fahrzeug, ich fahre einfach den anderen nur hinterher. Also ich fahre ja nicht mal selber, ich gucke nur. Ich gucke nur und ich habe die Zeit, mir Gedanken zu machen, wo denn überall was sein könnte und was alles gerade schiefläuft. Aber gut. Das Ding, ja, gucken wir uns das nächste Foto an, was passiert. Bumm. Man sieht hier vorne, muss kein amerikanischer Konvoi sein, sind aber Humvees. Das heißt, die sind hier vorbeigefahren, das Ding ist explodiert. Ob und wie viel die abbekommen haben, sehen wir gleich in den nächsten Fotos. Aber hier seht ihr, da brennt jetzt nichts. Da qualmt auch nicht mehr viel, da ist auch keine riesen, riesen Staubwolke oder sonst irgendwas. Sondern das ist einfach nur eine Explosion mit einer militärischen Qualität oder industrieller Qualitäts Sprengstoff gewesen. Kein Homemade. Irgendwas, wo man jetzt diese ganzen Kanister gebraucht hätte. Oder wo man überhaupt viel Material im Auto gebraucht hätte. Es ist ja auch kein riesen Krater, aber von dem Auto ist nichts mehr da. Also da war schon ordentlich Wumms drin, weil das Auto ist weg, dass der stand. So, solche schwarzen Flecken, sah man relativ häufig auf den Straßen dort und dann wusstest du schon, hier hat was gebrannt oder es ist was explodiert. Meistens hast du auch noch so eine so eine Delle in der Straße von der Druckwelle, von der Explosion, die da halt drüber stattfand und normal wusstest du dann WBID. Oder aber halt was, was irgendwo mit Müll überdeckt war und einfach auf der Straße lag. Du konntest also schon sehen, dass da echt die Dinger waren überall. Also auch auf jeder Straße, also wenn du einen Tag rausgefahren bist, bist du an Sachen vorbeigefahren, wo schon so Sachen gesprengt worden sind. Also du wusstest, du warst immer auf Straßen unterwegs, wo schon was passiert ist. Es ist nicht so, als ob du jetzt sagst, ja so einmal von zehnmal fahren wir in so Gegenden, wo man aufpassen muss. Nö, da warst du jeden Tag warst du irgendwo, wo irgendwo was gesprengt worden ist. So, mir ist gerade aufgefallen, von dem Angriff habe ich keine Afterbilder, ich habe nachher noch einen anderen und da sind Afterbilder dabei. Also, Afterbilder. Er hat After gesagt. Ja, kommt mal vor. Also Danachbilder, Bilder von Danach. Das Ding hier, das ist auch so eine 155 Millimeter Granate oder sowas in der Art, wisst ihr jetzt wie die aussehen, einfach in so einen komischen weißen weißen Sack eingepackt. jetzt muss man die ja nicht so einpacken. Die ist jetzt so eingepackt, dass man die Form sieht. Also, ihr seht hinten die Kante vom Ende, ihr seht vorne, dass das so konisch zuläuft, ihr seht sogar hier, dass da ein Loch drin ist, wo normal der Zünder drin ist. Das kann man jetzt aber ja ein bisschen aufflaffen, dass da mehr Platz drumrum ist und schon sieht es aus wie eine Tüte, in der halt irgendwas drin liegt, wenn überhaupt. Irgendeine alte Tüte und die Dinger liegen da halt überall rum. So, das heißt, du kannst da nicht jedes Mal stehenbleiben und groß IOD rufen oder umdrehen oder dich weigern weiterzufahren, wenn du mal so eine Tüte siehst. Aber mit den einfachsten Mitteln, super Tarnung, fertig. So, dann hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das für eine Mine ist, aber es ist eine Mine. Das heißt also, einfach nur rein, verbuddeln, scharf machen, weggehen. Muss man nichts groß abtarnen, hat schon die richtige Farbe. Ich gehe davon aus, von der Größe her ist es eine Anti-Fahrzeugmine. Kann mich aber täuschen. Also, wenn einer was weiß, wie immer, unten reinschreiben, was das für ein Modell ist, was das so macht und so. Falls ihr Fragen habt, könntet ihr gerne immer unten reinschreiben. Entweder schaue ich, dass ich sie beantworte, teilweise sogar in einem extra Video, wenn es eine gute Frage ist. oder irgendeiner von den Jungs, die hier zuschauen, weiß normalerweise die Antwort und schreibt die dann rein. Ich habe hier auch echt ein paar kompetente Leute, die wissen, wovon sie reden und deswegen überlasse ich das denen immer, dann da so Kommentare zu machen, bevor ich mich jetzt hier totsuche und dann auch nur Google oder Wikipedia oder so finde. So, dann hier, Reifen. Auch sehr populäres Versteck anscheinend. Die Reifen kommen normalerweise nicht mit diesem Schnitt, wenn sie irgendwo versteckt werden. Das ist jetzt rein dafür, dass die hier schön zeigen konnten, guckt mal, was in dem Reifen drin ist und wie das versteckt ist, weil du kriegst das wahrscheinlich auch hier unten irgendwo so reingewerkelt durch das Loch, das da normalerweise halt drin ist. Wenn nicht, dann kann man da auch ein kleineres Loch reinschneiden. Da muss man nicht so einen schönen Kreis reinschneiden. Also einfach so, Reifen, die irgendwo rumliegen und ja, da liegen viele Reifen rum. Also jetzt nicht so viel wie der andere Müll, aber da liegen auch Reifen rum, weil die Irakis, wenn sie einen platten Reifen haben, den halt unter Umständen noch einfach wegschmeißen da. Ja, also in sowas kann auch was drin sein. So, jetzt, das hier. Das ist eine Abschussvorrichtung und wir haben diese Röhren in dieser ID-Vorlesung schon ein paar Mal gesehen gehabt. Da ist aber vielleicht nicht so ganz klar geworden, wie das jetzt so funktionieren soll. Aber aus solchen Abschussvorrichtungen werden eben auch Raketengeschosse abgefeuert oder halt sowas und diese 250 Millimeter Rakete oder was das da war, die ist höchstwahrscheinlich auch aus so einem Ding abgefeuert worden, die die über den Pool drüber geflogen ist vorhin, ja. So, das Ding hat den Vorteil, man kann es halt relativ einfach mitnehmen, hinlegen, ne, kann es dann auch nachher wieder irgendwie verstecken und zur Not, das Ding ist ja schnell zusammengeschweißt, ja, kann man auch nochmal neu bauen, wenn man es halt nicht durch die Gegend tragen will. So, dann kommt es hier so ein bisschen auf den Haufen, dass es erhöht liegt, dass es auf der richtigen Höhe, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn man auf Fahrzeuge schießt, auf einen Konvoi schießt, aus nächster Nähe, dann baut man das halt so hin, dass es ungefähr auf Fahrerhöhe einschlägt, ja, also in der Mitte vom Fahrzeug, wo du das größte Volumen hast, dass du in die Fahrerkabine halt reinkommst. Und, ähm, dann wird das getarnt hier, eben mit diesem Stein, und dann kommt ein Markierungsstein drauf oder eine Markierung drauf, weil derjenige, der das auslöst, ja jetzt nicht drei Meter daneben sitzt, ja, wäre ja sinnlos, sondern der sitzt so weit weg, wie er es noch auslösen kann, hier hinten ist, äh, Command Wire, ja, das heißt im Prinzip, so lang wie das Kabel ist, so weit weg kann er sich auch verstecken. Problem ist, wenn er jetzt 100 Meter weg sitzt, dann ist er zwar sicher, dann sieht er aber unter Umständen nicht mehr in welchem Haufen oder wo in dem Haufen jetzt sein, sein, sein Bauteil da liegt, ja, und wenn er sich da um drei Meter verschätzt, dann trifft er das Fahrzeug nicht mehr. Also muss er sich irgendwas Auffälliges hinbauen, was er sieht, was aber jemand, der jetzt da mit dem Konvoi vorbeifährt, nicht schon auf 30 Meter auch sieht, ja, weil wenn er 30 Meter oder 100 Meter weg sitzt und es noch sieht, dann sieht es ja jemand anders auf 100 Meter auch. Es muss also was sein, wo man sagt, okay, das könnte in die, in die Umgebung passen, ja, das fällt nicht sofort auf, ähm, wie zum Beispiel ein großer Stein, ja, wie zum Beispiel ein Ast, wie zum Beispiel irgendwelcher Müll, ja, und so weiter und so fort. So, und da sehen wir auf dieser ID-Lane, wenn wir da dazu kommen, das machen wir aber höchstwahrscheinlich erst im nächsten, Video, sehen wir da ganz viele Beispiele dafür. Deswegen wollte ich jetzt nochmal ein paar Sachen machen, nochmal als Refresher dafür. So, von der Seite sieht das dann so aus. Ja. so, hier, das ist nochmal so eine selbstgebaute, auch eine Raketenabschussvorrichtung, ja, ähm, da hat man einfach einen alten, einen alten Hohlkörper von irgendwas genommen, das ist auch irgendein militärisches Gerät von den Amis, glaube ich, und hat das Zweck entfremdet und dann einfach Nachschubrakete reingelegt, ja, man hat ja da keine große Zielvorrichtung, die Zielvorrichtung ist irgendwie, ja, manuell vorgezielt, ja, mit diesen, mit diesen Stäben wird das einfach hier schön in die Erde gesteckt, kann man ein bisschen tiefer, ein bisschen höher machen oder einen Winkel einrichten, einfach, je nachdem, was man drunter liegt, bumm, fertig. So, da hinten, hier seht ihr das Kabel, das ist das Auslösekabel im Prinzip und dann kannst du hier hinten halt deine Rakete reinstecken, ja, und dann stellst du das so hin, schön zwischen Gras, ja, das siehst du halt, wenn du vorbeiläufst, wenn du da 10 Meter mit dem Auto aus, egal aus welcher Richtung du kommst, ja, da ist Gras links und rechts davor, das siehst du halt erst kurz bevor du da reinfährst, und dann bremst du auch nicht mehr so schnell, abgesehen davon, dass du ja auch nicht die ganze Zeit auf den Straßenrand gucken kannst, du musst ja nach vorne gucken als Fahrer, also, ja, hier nochmal in groß, ich glaube ich habe auch noch irgendwie ein Foto, ja, hier, also, 6-2-Heat, ich weiß jetzt nicht, ob das 62 Millimeter High Explosive Anti-Tank heißt, also High Explosive Anti-Tank heißt Heat, aber ob die 62 die Kaliberangabe ist oder ob das eine andere Bezeichnung ist für irgendwas Bestimmtes, kann ja wieder jemand unten hinschreiben. Jo, und hier, ihr seht ja auch, das ist mit einem Clip oben drauf irgendwie gemacht, ne, dass man höchstwahrscheinlich dieses Ding, also dieses Rohr auch nochmal abmachen kann und separat verstecken oder rumtragen kann. So, das hier ist so was ähnliches in groß, ne, kann man auch machen, auch einfach dann irgendwo auf den, auf den Erdhaufen legen, ne, also das ist jetzt gedreht, das Foto und dann hat man halt eine große Rakete oder man nimmt es einfach als, ähm, als Versteck irgend so ein Rohr und kann da halt jede Menge von diesen Granaten rein tun und dann unter Umständen einfach auch so ein, so ein Rohr quer über die Straße vergraben, ja, dann hast du da drei, vier so Dinger drin, die nochmal durch ein Rohr geschützt sind, ähm, dass im Prinzip auch, wenn jemand drüber fährt, diese Kabel nicht abgerissen werden zum Beispiel, ja, sondern dass da eben auch ganz viele Fahrzeuge drüber fahren können, ohne dass da auch was freigelegt wird oder sonst irgendwas. Wenn was freigelegt wird, dann das komplette Rohr, ja, da könnte man dann denken, das ist geplant, das ist irgendwie ein Abwasserrohr oder irgendwie was vielleicht, ne, wobei man da unten dann als, als Soldat oder Polizist, da, da guckt man dann schon nach, ne, also da sagt man nicht, ah, ist bestimmt nur ein Abwasserrohr, fahren wir nochmal drüber, ne, ähm, ja. So, dann hier nochmal, diese, ähm, Plaster, haben die das genannt, also praktisch Gips, also so eingegipst, da seht ihr schon die Form, ne, das, da hat man, wie ich schon gesagt hab, da hat man eben T-Walls und so Zeugs oder, oder Bordsteine nachgebaut, und, ähm, diese Granaten drin eingebaut, praktisch, also es sah von außen aus wie ein Bordstein, auch original in der gleichen Farbe, in diesem Gelb zum Beispiel, angestrichen oder dieses Grau halt gehabt, ne, sah original, konntest du nicht unterscheiden, ne, wiegt aber nix, weil es nur Gips ist, konntest du also rumtragen, ne, also wie so ein bisschen, wenn du es aus Styropor, so eine Hülle baust und dann da deine Granate reinbaust, ja, und dann dieses Styroporteil, das trägst du halt mal kurz irgendwo hin, stellst es hin, verpiss dich, Kabel hinten raus, tick, tick, angeschlossen, fertig, ne, ähm, da musst du ja nicht viel abtarnen, das Ding ist ja praktisch abgetarnt, ja, dann nochmal selbstgebaute Abschussvorrichtung, haben wir damals, ähm, in dem anderen Video schon, schon gezeigt, ne, aber, ja, halt auch mit Tape, die Kabel ran getapet, und hier, ich glaube, die Griffe sind dran geschweißt, ja, sehr, sehr spektakulär alles. So, das ist noch besser, ja, das Ding ist ja komplett gemackgaiwert, ne, ich glaube, das sind Holzgriffe, ich weiß nicht, wie die hier ran geschraubt sind, und das Kabel hier mit Tape festgemacht, und, naja, ja, aber, das Ding funktioniert auch, ne, tötet dich auch, wenn er damit trifft, ne, also, du musst keine High-End-Teile haben, um so ein Ding zu bauen, das ist alles, worauf die damit raus wollten. So, gibt es natürlich nicht nur für eine Rakete, sondern auch für, eins, zwei, drei, viele, ja, im Dutzend billiger. Das Ganze ist in den Fahrbahnen, in das Chassis von dem Fahrbahn, oder von dem Generator-Anhänger, äh, eingebaut, ne, das sind so fahrbare Generatoren, auch für, keine Ahnung, Baustelle und so Zeugs, und, ähm, einfach vorne den Deckel abgemacht, ja, wenn du abschießen willst, machst du den Deckel ab, schsch, volles Rohr, den Winkel kannst du hier hinten, über den, über deine, deine Anhänger, ähm, Achse praktisch einstellen, ja, wenn du die kürzer machst, höher machst, ne, kannst du schön den Winkel vorne von deinem, von deinen Geschossen verstellen und dann einmal feuerfrei, das Ding wieder zugemacht, irgendwo mit dem Auto weggefahren, irgendwo stehen lassen, ja, da steht so ein Ding da rum, wenn es wo steht, wo es keiner klaut, ja, kannst du es da auch stehen lassen, das finden die Amis oder die Polizisten oder was auch immer, finden das nicht, ja, und dann am nächsten Tag wieder Anhänger ran und irgendwo anders hinfahren und von da schießen. So, das ist auch nochmal eine, das ist jetzt eine, eine Achtfach- oder Sechsfachvorrichtung für größere Sachen, schon ein bisschen robuster hier, die Geschichte, ne, weiß ich auch nicht, doch kann man mit Sicherheit, also, ich gehe davon aus, dass die alle so gebaut sind, ist das hier ein Scharnier oder ein Ding zu vorne, dass du den Winkel verändern kannst, wird ja sonst keinen Sinn machen, wenn du in einem festen Winkel schießen musst und dann irgendwie ausrechnen musst, wo du jetzt dich aufstellst, dass du erstens freies Schussfeld hast und zweitens die Entfernung und der Winkel passen, ne, also das wäre ein bisschen sinnlos und von daher denke ich, dass die alle vorne irgendwie schwenkbar sind oder ansonsten musst du halt hinten Steine drunter legen oder vorne Steine drunter legen, dann kannst du den Winkel ja auch verändern, ne. So, hier nochmal in der Achtfach-Version, ja, hier seht ihr sogar ganz, ganz, fast wie bei einem Mörser, ja, mit einer, ähm, mit einem Schraubgewinde kannst du das verstellen, das heißt, da kannst du sagen, hey, zwei, drei Umdrehungen hoch oder runter, ne, also das Ding hat jemand gebaut, der weiß, was er macht, ja, der baut da nicht Steine drunter und so einen Scheiß, ne, der hat hier richtig schön, ne, dann läuft die Sache hier, richtig gut. So, hier, jetzt das Beispiel von der anderen Seite, so ein in Gips eingebautes, eingebauter Sprengkopf, ja, da seht ihr nix, ne, so, das Ding jetzt noch ein bisschen sandig gemacht oder so und dann irgendwie an den Rand, an der Straße hingestellt, es ist jetzt ein hässlicher Stein, ja, aber es sieht aus wie ein Stein. So, RPG-7 im Querschnitt, ja, wen es interessiert, so, dann hier nochmal, ist auch eine Granate, das könnte auch, äh, als EFP gebaut sein, bin ich mir nicht ganz sicher, naja, das hier sind auf jeden Fall EFPs, ja, weil ihr seht hier vorne die, ähm, schüsselartigen, konkaven Einbuchtungen und das ist jetzt Kupfer, ja, und es sieht nicht aus wie Kupfer, weil man es schwarz angemalt hat. Da hinten ist der Auslöser dran, mit Funkgerät, ja, bumm, bumm, könnt ihr genauso zielen, wie diese ganzen Raketen auch, aber auf echt kurze Entfernung, ja, am Straßenrand das Ding reingebaut. Könnte man theoretisch auch unter das Auto bauen, also ein Loch, Loch graben, ähm, und das Ding praktisch hier senkrecht, senkrecht nach oben stellen, muss mal gucken, dass nicht gerade irgendwie dann das Funkgerät irgendwie blöd unten mit Druck irgendwie oder schmutzig wird und nicht mehr funktioniert, aber das kann man ja alles ein bisschen, ein bisschen verpacken, ja, und dann kannst du auch von unten praktisch, bumm, hoch durchs Auto schießen. Gut, so, so eine ähnliche haben wir schon mal gesehen, ist unter Umständen sogar das gleiche Foto, ähm, auch wieder eine EFP, da seht ihr jetzt, dass die aus Kupfer ist und wie die hier ein bisschen gelagert wurde, ja, dass der Winkel ein bisschen hoch geht, so, tschik, tschik, Holz, fertig, ja. Doppelte EFP zusammengebaut, ähm, in einem, ähm, Stück Beton oder was auch immer eingelassen oder halt in so einem Fake-Beton und, ähm, ja, auch schon im richtigen Winkel, dass du das Ding so nur noch hinlegen musst, hier irgendwie ein bisschen was drüber zur Tarnung und gut ist es, ne. So, jetzt diese Dinger nochmal ganz, ganz in fancy, ja, ich mach's mal groß. Hier, hier steht auch dran, Phase 3, Paint and Camouflage, ja, so, jetzt hat's die passende Farbe, Sandfarben und ist abgetarnt, ne, das kann auch einfach ein Karton gewesen sein, da kann hier das Ding drin sein, hier seht ihr so ein bisschen, da ist irgendwie was anderes dahinter als hier und das hier könnte sogar eine, eine Lichtschranke sein oder irgendwie sowas in der Art, ja, also, dass der Auslöser praktisch hier eine Lichtschranke ist, sobald das Ding hier durchfährt, irgendwie, wupp, setzt der um und, ähm, dann ist das das Einzige, was man sieht, könnte man auch noch sandfarbig anmalen und irgendwie abtarnen, ja, aber, ja, vielleicht ist das auch die Rückseite, man weiß es nicht, ne, man weiß da überhaupt nichts, weil man sieht gar nichts mehr davon, sieht aus wie irgendein Block, sandfarbener Block aus irgendwas, so, hier nochmal sowas, hier steht's auch drunter, 5 EFP Array Passive Infrared Initiated, also, wir haben das, Rätselösung, passives Infrarot, also eine Lichtschranke im Prinzip, ja, ähm, würde ich jetzt zumindest sagen, dass das mit Passive Infrared gemeint ist und nicht, dass da von außen irgendwie, wenn Licht reinkommt, dass es dann umsetzt, ich lasse mich aber gerne belehren, wenn jemand was genau ist zu passiven Infrarotauslösern weiß, darf er es auch gerne wieder unten hinschreiben, so, 5 EFP Array, der hat Array falsch geschrieben, Array schreibt mal A-R-R-A-Y, keiner mag Klugscheißer, ich weiß, aber ihr solltet ja was lernen, so, hier sind also 5 EFPs drin, nebeneinander, 5 solche Dinger sind hier eingebaut, ja, also, was auch immer da in der Nähe getroffen wird, ist weg, also, da sitzt, wer da drin sitzt, ist Matsch, ne, und irgendwas trifft bei 5 Stück, ne, sind, unter Umständen sind die auch noch leicht gewinkt, ne, dass du so ein, also, dass du mehr so einen Strahlenschuss hast, und dass die nicht alle so eng nebeneinander sind, also, ich würde die leicht auffächern, so, dass du einfach eine größere Breite von der Straße, oder wo auch immer du drauf hinwirken willst, abdeckst, ja, so, hier nochmal hier, der passive Infrarotsensor, der da eingebaut war, das wird hier auch sowas sein, ja, was hier oben im Auslöser mit drin steckt, und dann seht ihr nochmal hier diese verschiedenen Versionen, so, jetzt kommen wir zu diesem Ding, ähm, die IED liegt hier, jetzt mache ich es euch mal groß, das ist eh schon so klein ist das Bild, also, die IED liegt hier, Wupp, hier löst sie aus, ja, ihr seht, Explosion, Mittelpunkt ungefähr hier an der Stelle, Wupp, ziemlich viel geht hier nach oben, und, aber so ein heller Blitz geht hier zur Seite, ja, das kann jetzt sein, dass eins der Auslösesprengkopf ist, und eins der, tatsächlich der, der den Schaden hauptsächlich anrichten soll, oder dass die verschieden gelegt waren, ja, dass einfach die Druckwelle sich verschieden, ähm, ausweitet, so, und das ist, das dritte Bild davon, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, warum, das so aussieht, wie es aussieht, weil das so aussieht, als ob hier unten auch irgendwas Benzinmäßiges umsetzt, so, jetzt kann es natürlich sein, dass der hier hinten Benzinkanister drauf hatte, oder irgendwie sowas, und dass die jetzt hier durch die Explosion, einfach, Wupp, hochgehen, ja, und du praktisch diese riesen Brandwirkung hast, weil ansonsten, ähm, wäre es, also, fände ich schon komisch, weil hier auch das irgendwie so von unten nach oben zieht alles, ja, naja, ich bin kein Feuerwerker, das sind alles nur Mutmaßungen, so, jetzt seht ihr, die Einschlagseite von dem Fahrzeug, ähm, stand auch mit dabei, dass es eine 152 Millimeter, ähm, Granate gewesen wäre eben, und hier seht ihr einfach halt die Splitter, ja, die da rein sind, hinten auch, das ist der Kofferraum hinten im Prinzip von dem Humvee, ich weiß nicht, wie viel davon gepanzert ist, aber die Türen sind gepanzert, ja, und dann hier ist auch nichts durchgegangen, durch die Tür, ähm, das nächste Bild ist dann die Austrittsseite, die ist auch hier, ah, okay, jetzt bin ich überfragt, ob, doch, das muss so sein, hier Eintrittsseite eigentlich, hier Austrittsseite, ein bisschen komisch, dass hier diese Löcher in der Scheibe sind, ähm, und hier nicht, außer die Scheibe hat es hier zerlegt, und die ist deswegen weg, und da wäre ein bisschen was halt bis durchgekommen, und wäre hier noch durch die gepanzerte Scheibe auch noch durch, äh, von der, von der Größe der Explosion her, ja, wäre das durchaus möglich. So, jetzt sind wir durch, mit den ganzen Vorinformationen, dem Vorgeplänkel, dem Vorspiel zur IED-Lane, ich hoffe, die IED-Lane wird euch, ähm, genauso viel Spaß machen, oder Spaß, wie sie mir damals gemacht hat, oder so viel, ja, Erkenntnisse bringen, ja, ähm, weil man da jetzt dann wirklich sieht, wie das Ganze, was ihr euch jetzt die letzten drei Folgen angeschaut habt, äh, umgesetzt wird, ja, vom Gegner in echt, also da sind dann wirklich, ähm, sehr viele Dinge aufgebaut gewesen, wie ich schon gesagt habe, so, dass man sie auch sieht, nachdem man vorbeigelaufen ist meistens, oder wenn einen jemand darauf aufmerksam gemacht hat, oder wenn man irgendwo ein Teil so ein bisschen verrutscht hat, ja, es wird eine, meiner Meinung nach, sehr interessante Folge werden, also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, was heißt es denn dann immer, irgendwas mit, unglaublich, schon wieder Söldner Geschichten oder so, ich habe vergessen, was ich normalerweise am Anfang sage, Ah, Mann, hey, das ist ja auch ein bisschen peinlich jetzt, ne, genau, herzlich willkommen zu Söldner Geschichten Nummer so und so, also, das wird dann Nummer, bl 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 bl, lass mich lügen, 33 werden, 33 wird die IED lane, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, wir sehen uns dann bei Nummer 33, und, äh, ich hoffe, ihr passt so lange gut auf euch auf, und auf euch die, und auch auf die um euch rum, weil wenn nicht ihr, wer dann, ja, macht's gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020